Samstag, 24. August, 14 Uhr, SV Mappen gegen Jena 3 zu 0. Dirk Domischke, Marco Komenda, Hasan Amin, Markus Biosek, Willi Efev, Markus Balmert, Florian Eckert, Falahit Ramah, Stefan Buttenmerch, Dennis Udoaf, René Guderch, Joko Pins, Nico Herrmann, Marius Krösch, Tim Keschär, Maximilian Röhr, Yonis, Jöp Köbler, René Eckert, Rappel, Rappel, Aubamea, Daniel Kapiorele, Marius Skonervik, Julian Künther Schmid, 10.11 Uhr Konexskonervi 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 Vielen Dank.